So, nachdem ich jetzt das Ding repariert habe, musste hier neue Riemen oder Platinen ablöten und hin und her und tralala. Haben wir also folgendes zu vermelden. Das geht. Das ging vorher auch. Ich bitte die Weihnachtsmusik natürlich etwas zu entschuldigen. So, also Deck Nummer 1 funktioniert. Deck Nummer 2 funktioniert nicht so richtig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020